Du willst unterwegs, zu Hause oder an ganz verschiedenen Orten etwas von Akademie mitbekommen? Dann hör doch einfach unseren Podcast. Wie das geht? Schau auf unsere Seite www.lebendig-akademisch.de. Dort öffnet sich direkt auf der Startseite ein Hinweis. Hier geht es zum Podcast. Wenn du da draufklickst, wirst du unseren Player finden. Ein runder Kreis mit einem Dreieck in der Mitte, das ist Play. Einmal draufklicken und du wirst die aktuelle Folge hören. Und wenn du mehr davon willst, dann gibt es rechts unten den Klick Alle Episoden. Einmal draufklicken, alle Folgen in der Übersicht, wieder diesen Kreis mit dem Dreieck einmal drücken, das ist Play und los geht's. Viel Spaß beim Hören. Schau rein bei Mit Herz und Haltung, dein Akademie-Podcast. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF für funk, 2017 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF für funk, 2017 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF für funk, 2017 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF für funk, 2017 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF für funk, 2017 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF für funk, 2017